So, und da sind wir auch schon wieder zurück und diesmal, äh, also erstmal mit dem Friedrich und mit mir, dem Tosny. Und ich hatte gerade eben schon die Aufnahme gestartet, wo wir jetzt, äh, gesagt hatten, dass wir mal ne Runde snipern wollen. Aber dann hab ich vergessen, auf Großbild zu schalten, Mama. Und somit machen wir das hier nochmal. Nein! Nein! Das gibt's doch nicht! Du willst mir... Na! Dreimal daneben gesnipet, Alter. Das fängt ja schon mal richtig schlecht an. Ja, und du zackst mit der MSR, ne? Soweit ich weiß. Oh, pass auf, ein Headshot, oder? Ah, scheiße. Nee, kein Headshot. Ich hab gerade auch schon mal einen Kill gemacht und, ja, wir haben ja hier, wie gesagt, äh, Team Deathmatch. Haben uns richtig professionelle Klassen eingestellt. Hust, hust. Ja, und mal gucken, äh, wie das hier so läuft. Ich seh irgendwie gar keinen mehr. Ist der Hammer. Werden wahrscheinlich alle bloß hocken. Wie ich dazu einschätze? Ich hab doch eben auf einen geschossen. Ich bin doch nicht blöde. Wo ist denn der hin denn? Arschloch. Lol. Komm raus. Ich, ich seh auch gar keinen mehr, Alter. Ja, und auf jeden Fall, äh, seh ich keinen mehr. Ich auch nicht. Was ist denn das? Wahrscheinlich hocken die genauso. Also, ich hocke ja im Moment grad gar nicht. Ich lauf grad die ganze Zeit rum. Das ist der Hammer. Jetzt aber. Diesmal hab ich ihn in der Augenblick geschossen. Was? Ich hab ihn doch erschossen, Alter. Du willst mich doch rollen. War das Headshot oder was? Ja. Hab grad nicht aufgepasst. Das war meine. Ja, Team Deathmatch ist eigentlich relativ scheiße. Vor allem in MW3. Weil die hier alle, ähm, Headshot. Ich auch. Nice. Oh, ich bin gleich wieder tot. Weil die alle campen. Lol, du hast 3-0. Das ist ja der Hammer. Nein. Nein. Rechts und die, rechts von dir. Ist einer. Da war da hinten irgendwie. Oh, das verfehlt. Oh, Leute. Jetzt hab ich mein Wurfmesser geworfen. Das wollte ich gar nicht. Hammeröde. Das hat irgendwie so geklimpert. Hm, das war mein Wurfmesser. Leute, ich hab Schüsse gehört. Aber hier ist irgendwie keiner. Lol. Was ist denn hier? Ach, da vorne war er. Oh Gott. Also ich seh keinen mehr irgendwie. Ja, ich hab auch jetzt 3-5. Bei campen so dermaßen, das ist der Hammer. Alter, ich bin sowas von geblendet. Das glaubst du gar nicht. Richtig, richtig Whitescreen. Der berühmte. Nein. Oh Mann, Alter. Ich treff gar keinen mehr. Ich hab 5-0. Ach, bei Abgespeckt gibt's ja keine Extras, war? Nee, keine Abschlussserien und alles sowas. Alter, das war ein Volltreffer. War zwar mega gehardscoped und... Alter. Egal. Das war ein Volltreffer, Mama. Oh, jetzt bin ich auch mal gestorben. Scheiße, zum ersten Mal. Alter. Ja. Nein, hinter dir. Der hat da irgendwo gekämmt. Hat mich nämlich mies vernichtet. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was läuft der hier gerade gar nicht? Gar nicht bei dir? Nee, nicht so wirklich. Ich mach bloß Hardscopes. Quickscopes kann ich hier irgendwie voll vergessen. Nein! Oh, was mach ich denn bitte? Und wir werden das Ding auch mies verlieren. So wie ich das hier gerade sehe. Komisch, ich seh keinen mehr. Nein! Den hab ich mies verfehlt. Ja, so viele Leute seh ich irgendwie auch nicht. Das ist der Hammer. Alter. Warum muss ich denn da laufen? Mama. Oh, nee. Und jetzt ist gleich vorbei. Nein, das wird wohl nicht mehr. Ich bin der letzte Kill, glaub ich. Nee. Ich bin der letzte Kill. Mann, Alter, warum kann ich denn da nicht zielen? Ah, 5 zu 13, Alter. Kommt ja mit seiner schwulen ACR. Und eigentlich hatte ich ihn schon voll im Visier. Hat er den gut... Gut weggesnackt. 9 zu 3 hab ich noch. Ja. Ich glaube, der höchste Abschluss-Totquote war. Das kann natürlich sein. Der Beste von uns hatte 0,7. Das ist ja schon so ein bisschen doof. So, aber ich würde sagen, machen wir hier weiter oder nicht? Ähm, doch, kann man machen. Terminal? Also ich guck mal kurz. Na, machen wir hier noch eine Runde Terminal? Ja, genau. Hast du für Terminal schon gestimmt? Ja, ja. Ich werde mir mal schnell noch eine Sniper-Klasse einstellen. Mal gucken, ob ich das noch schaffe. Ich hab überlegt, ob ich mal mit... Wiss nicht, eigentlich persönlich finde ich R, S, A, S, S besser. Ja, klar ist die besser. Mit welcher hast du... Ach nee, äh, mit welcher hast du gespielt? Du hast doch mit der MSR, oder? Ja. Ja, dann mit der R, R, S, kannst du auch mal einen Schuss daneben setzen. Deswegen. Weil bei der ist es halt nicht so problematisch. Bei der MSR ist, du verziehst das Ding und... Ey, wir, wir spielen jetzt auf Resistanz. Ich musste mal ganz, ganz schnell rausgehen. Ich wollte auf Terminal spielen, ey. Ich will auf Terminal, Mama! Lasst uns auf Terminal spielen. Ja, klar. Ich probiere es noch einmal. Morgen ist schon wieder Arbeitstag für viele. Ja, so sieht das aus. Aber nicht für uns. Richtig. Aber ich muss morgen auch schon um 10 im Verein sein, ey. Achso. Ja, ist doof, aber mein Gott. Ich mach Abi, also. Ja, du hast das entspannt. So. Mal gucken, was jetzt hier noch läuft auf der Runde. Herrschaft ist natürlich ganz nice. Beim Interchange, da kannst du so viel campen. Ja, genau, stimmt. Und auf abgespeckt. Na ja. Na ja, ne? Läuft, ne? Läuft. Ja. Der Nachden ist natürlich, dass man immer sieht, wo, also, dass man gesehen wird, wo man abgespeckt hat, also, wie man den Abschluss gemacht hat. Es sei denn, du hast, äh, Schalldämpfer drauf. Ne, äh, in der Abschlusskamera sieht man das doch immer. Achso, ja, achso, ja, jetzt weiß ich wohl. Ja, klar. Ja, ja. Ich drückte zwar immer weg, aber... Ja, ja, genau, ich drückte es auch immer weg, aber es ist so. Und dann das komplett genau scouten und dann... Pam, Alter, dann bist du da dead. So, Herrschaft. Ich hab jetzt mal die L118 genommen. Gucken, ob die besser ist. Wahrscheinlich nicht, aber mal gucken. Lol, ich hab schon den Schuss gerade neben mir gehört. Ja, du Piker. Achso. Ich hab so gedacht, na ja, schieß ich einfach mal auf dich. Ja. Kommt da hinten einer? Ne, da ist keiner. So, der Feind hat B. Irgendwann müssen sie er haben. Hier war doch gerade in deiner Alter. Es rauscht gerade bei dir voll krass. Wirklich? Ja. Ich hab weggekommen. Keine Ahnung. War gerade irgendwie richtig komisch. So, das war mein Kill. Dankeschön. Rauscht das immer, ne? Ne, ne, jetzt nicht mehr. Jetzt wieder alles gut. Ich glaub, das ist... Wenn du... Wenn du länger nichts sagst, dann pegelt der dich hoch, weißt du? Ah, das kann sein, ja. Und dann kommt das Rauschen zum Vorschein. Also... Kannst ja mal ein bisschen mehr labern. Vielleicht läuft das dann besser. Aber mal gucken. Ich bin gespannt. Ich hab mich hier mal wieder hingelegt. War mal... LoL! Alter, den musst du dir angucken, Alter. In dem Video. Ich hab gerade einen Volltreffer gemacht und er ist... Er ist gesprungen, weißt du? Er ist gesprungen und ich hab geschossen. Und hab ihn voll in den Kopf getroffen. Das war mal Hammer nice gerade eben. Volle Möhre sind hier, Herr Martia. LoL! Was? Den hab ich nicht getroffen. Ah, das war ja Hammer schwul gerade eben. Aber diese Runde läuft auf jeden Fall besser mit dem L118. Und du müsstest mal wieder was sagen? Ja. Gut. Weil... Das war jetzt schon wieder... Das Rauschen hat schon wieder eingesetzt. Oh. Ey. Ich krieg den Zappen mal. Jetzt hat er mich von hinten erschossen. Echt? Von hinten? Das ist mal mega schwul. Das war... Oh, LoL! Alter, ich hab 5-2 einfach mal. Läuft irgendwie ein bisschen. Ja. So, jetzt verlieren wir nicht mehr A. Nö. Wann? Ich hab eine Granate geworfen. Hm? Und die Granate muss den Typen so getroffen haben, dass er einfach mal gestorben ist. Beim Granatenwurf, ja? Na, nicht so eine, sondern so eine Blendgranate. Ach, von einer, von einer Blendgranate. Ja, ja, stimmt. Das, das passiert. Aber eigentlich spielen wir auch nicht Hardcore. Das ist komisch. Komisch, komisch, komisch. Alter. Du bist so gut ab, wa? Gerade dem so? Ja, 5 Kills hintereinander. Wissen Sie, ich hab hier gerade eine gute Stelle. Was läuft doch? Bravo! Alter, jetzt auch noch A. Du willst mich doch verarschen, Alter. Never. Ich hab 9 zu 1. 9,1? Alter, ich hab 7,2. Okay, 8,2. Sorry. Nein! Oh, fast 9,2. Verdammt. Also, das 118 gefällt mir irgendwie immer besser. Na, ich find das nicht so, wegen diesem Einzelschuss immer. Ja, ist halt immer dieser Einzelschuss, aber wenn du den triffst, Alter, dann ist der sowas von tot. Dankeschön. Ey, wo liegst du denn? Ich stand grad neben dir. Ey, du bist ja so ein Arsch. Ich weiß, ich weiß. Und ich hab einfach mies gut getroffen. Kurzer Prozess, Mama. So, Position gesichert, Mama. Es läuft grad ganz schön. Was? Es läuft grad irgendwie ein bisschen. So mit 10,3. Ich versteh bloß nicht. Ich seh hier immer ja keinen. Du siehst keinen? Ah, ich kämpfe jetzt hier grad ein bisschen bei A. Die Munition aus. Ja? Ah, ich hab noch gute 15 Schuss. Ne, 14 Schuss. Ne, 13. Ne, Quatsch. Oh Gott, rechnen. 18 Schuss hab ich noch. Wir verlieren B. Wir verlieren B. Ich bin mal wieder gestorben. Ich bin mal wieder gestorben. Gestorben? Die liegen alle bei C irgendwie. Also eben. Dann hat es mir ja egal, weil... Ähm, im Endeffekt müssen sie ja doch dann eine andere Position noch einnehmen. Ja. Und deswegen, ne? Ah, ey, so ein Hocker. Na gut, wir sind ja grad selber nicht besser in dieser Folge. Wir hocken ja eigentlich auch bloß die ganze Zeit. Also beziehungsweise ich laufe eigentlich doch relativ viel noch rum. Aber halt bleib irgendwie immer in der Nähe von A. Ach ja, ach ja. Ja, irgendwie ist es grad ein bisschen langweilig, weil hier irgendwie keiner... Keine Lust hat zur A zu kommen. Komisch, komisch. Ich seh gar keinen mehr. Äh, die sind alle bei C. Da hab ich jetzt auch ein paar Kilds gemacht. Aber... Die hocken da halt alle. Na, ist ja auch ein bisschen... Bisschen scheiße, aber dann werde ich mich mal zu C begeben. Hier hinter dem Container hocken sie. Hinter welchen du auch immer meinst. Ach so, bist du nicht hinter mir? Nee. Ich bin, glaub ich, andersrum gelaufen. Ich bin auf der A-Seite langgelaufen. Aber was hocken die denn alle bei C? Sind die denn alle schwul? Ja, keine Ahnung, weil... Keine Ahnung, was die damit bezwecken wollen. Ah, da vorne war einer. Vielleicht wollen sie damit wirklich bezwecken, dass wir uns jetzt um C kümmern. Und dann, äh, ne? Ja. Weil jetzt können wir uns um C und die können sich eine andere nehmen. Was? Letztes Gefecht, du Schwuchtel, Alter. Genau, und jetzt verlieren wir nämlich A und B gleichzeitig. Das ist aber schwul. Aber wie geht ihr Ding so weit vorne? Ja, trotzdem. Ist das schon so ein bisschen... bisschen scheiße. Jetzt muss er B erst wieder hinnehmen. Nein, bloß angehittet, Mama. Aber unsere Stats sind ganz gut. Ja, muss ich auch sagen. So, gemessert. Weil so lasse ich mich hier nicht verarschen. Äh, ja, unsere Stats sind eigentlich relativ gut. Das muss ich auch mal sagen. Was? Mann, wieso haben die als alles dieses schwule letzte Gefecht, ey? Dann brauche ich immer zwei Sniper-Schüsse. Das ist richtig kacke. Ja, da ist dein Sniper nämlich scheiße. Ja, allerdings. Hä, wo war er denn jetzt hin? Dann will ich mich doch verarschen. Nein! Und er hat es geschafft, mich zu verarschen. Das ist doch kacke. Aber wir haben trotzdem noch alle Positionen wieder. Und gleich ist es auch schon vorbei, die Runde. Ja. Wir können jetzt auf letzter Abschuss gehen. Ja. So, ich habe schon mal einen Abschuss gemacht. Nee, und gleich einer hinter meinem. Gut. Also habe ich... Na, lol. Jetzt muss ich auch nochmal neu sichern. Ah, sichern. Ah, sichern. Alter, 16,5. Es läuft. Wir sollten öfters mal abgespeckt zocken. Ja. Ich hatte 19 zu 7. Na, vor allen Dingen. Ich habe irgendwie tierisch viele Punkte bekommen. Ich habe schon alleine Spielbonus. Oh, krass, irgendwie... Darauf habe ich gerade gar nicht geachtet. Die kurze Runde. Darauf habe ich gerade gar nicht geachtet, wie viel ich da bekommen habe. Aber ich bin, ähm... Erster. Das ist auch ein seltenes Bild, Leute. Ja, du hast viele, viele Flaggen eingenommen, war? Ja, relativ, ja. Und, Alter, du wirst es nicht glauben. Ich habe jetzt Attentita Pro. Und wie ich den einsetzen werde, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Bis dahin. Tschüss. Und wie geht's, äh...